Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute zeige ich euch hier, das habe ich ja schon im letzten Video gesagt, die dritte Bahn, das ist eine, ja auch eine Skaterbahn, extra für die Gebäude. Ich zeige euch euch mal jetzt. Aber irgendwie kann man es da nicht machen, man ist schnell, dann kommt hier ist der Supersprung. Scheißding hat mich genannt. Ich schalte jetzt mal meine Klappe und gucke da bitte zu. Ich schalte jetzt mal meine Klappe und gucke da bitte zu. Aber wieder von neuem, damit ihr auch die ganze Bahn seht. Ich schalte jetzt mal meine Klappe und gucke da bitte zu. Ich schalte jetzt mal meine Klappe. Ich schalte jetzt mal meine Klappe und gucke da bitte zu. Dann kommt hier bitte zu. Das war's. Das war's. Das war's. Das bin ich von der Bank flogen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das macht nicht traurig. Das war's. 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 Ich habe' das mal spülen. Was ist los, oder? Dreh doch! Aufzug rein, Alter! Einer aufzugreifen! Das war's jetzt wieder mit meinem Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.